Polly Patent von Astrid Lindgren Ich wünschte, ihr könntet das Haus sehen, in dem Polly wohnte. Es war so klein und niedlich, dass man es beinahe für ein Märchenhaus halten konnte. Wisst ihr, so ein Märchenhaus, in dem sonst Zwerge oder Kobolde wohnen. Das Haus lag an einer engen, abfallenden Kopfsteinpflasterstraße im allerärmsten Teil der Stadt. Es war wirklich eine arme Straße und die anderen Häuser dort waren nicht viel feiner als Polly's Haus. Polly's Haus? Was sage ich? Natürlich war es nicht Polly, die in diesem Haus schaltete und waltete. Das tat Großmutter. Großmutter, die Bonbons kochte und sie dann jeden Sonnabend auf dem Markt verkaufte. Ich nenne es aber trotzdem Polly's Haus. Wenn man vorbeiging, konnte man Polly auf der Steintreppe zur Straße hinsitzen sehen. Sie hatte die braunsten und fröhlichsten Augen und die rosigsten Wangen, die wohl jemals irgendein Kind gehabt hat. Und dann sah sie, wie soll ich sagen, sie sah so patent aus. Ja, so patent. Deswegen hatte ja ihre Großmutter auch den Einfall gehabt, sie Polly patent zu nennen. Großmutter sagte, Polly habe schon damals, als sie drei Monate alt war und in einem Körbchen lag, patent ausgesehen. Das Körbchen war eines Tages bei Großmutter abgestellt worden, mit dem Bescheid, sie möchte sich um die Kleine kümmern, weil kein anderer da sei, es zu tun. Oh, das Haus, wie war es niedlich. Zwei kleine Fenster gingen auf die Straße hinaus und dort konnte man oft eine Nasenspitze und zwei fröhliche braune Augen sehen. Hinter dem Haus, gut beschützt durch einen hohen grünen Zaun, lag ein kleiner Garten, wenn man einen Platz, auf dem nur ein Kirschbaum und einige Stachelbeersträucher stehen, Garten nennen kann. Es gab natürlich auch ein kleines, saftig grünes Stückchen Rasen dort und da saßen im Frühling, wenn es warm und sonnig war, Polly und die Großmutter und tranken Kaffee. Das heißt, Großmutter trank den Kaffee. Polly tauchte nur Würfelzucker in Großmutters Kaffeetasse und dann warf sie den Spatzen, die auf dem Gartenweg umherhüpften, Brotkrumen zu. Polly fand Großmutters Haus wunderschön, wenn es auch klein war. Abends, wenn sie auf das Küchensofa gekrochen war, wo sie schlief und Großmutter am Küchentisch saß und Bonbonpapier zuschnitt, sprach Polly mit heller und klarer Stimme ihr Abendgebet. Ein Engel geht von Gott gesandt ums Haus, zwei Kerzen in der Hand. Er trägt ein Buch, er winkt mir zu. Jetzt schlafe ich ein in guter Ruh. Polly war sehr froh, dass ein Engel während der Nacht um ihr Haus ging. Es war so beruhigend. Sie war nur ein wenig in Sorge, wie er das alles tragen konnte. Zwei Kerzen und ein Buch. Sie hätte sehr gern gesehen, wie er das machte und wie er dabei auch noch winken konnte. Polly sah oft aus dem Fenster in den Garten. Vielleicht konnte sie doch einmal den Engel sehen. Bis jetzt war es ihr jedenfalls noch nie geglückt. Sicher kam er immer erst, wenn Polly schon eingeschlafen war. Als das geschah, wovon ich erzählen will, war Polly noch nicht sieben Jahre alt. Was geschah, war nicht besonders merkwürdig. Großmutter rutschte auf dem Küchenfußboden aus und verletzte sich ein Bein. Merkwürdig war das nicht, denn so etwas kann jeden Tag passieren. Aber es war nur noch eine Woche bis Weihnachten. Denkt nur, was wurde aus den vielen Bonbons, die auf dem Weihnachtsmarkt verkauft werden sollten? Wer sollte das machen, wenn Großmutter im Bett lag und das Bein nicht bewegen konnte, ohne gleich vor Schmerzen zu stöhnen? Wer sollte den Weihnachtskuchen backen und die Weihnachtsgeschenke einkaufen und das Haus weihnachtsfein machen? Das mache ich, sagte Polly. Ich habe ihr gesagt, sie war ein patentes Kind. Ach, 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 sagte Großmutter in ihrem Bett. Gutes Kind, das kannst du doch nicht. Wir werden Frau Larsson fragen müssen, ob sie über Weihnachten auf dich aufpassen will. Und dann werden wir sehen, ob ich nicht ins Krankenhaus kommen kann. Da sah Polly patenter aus als je zuvor. Sollte sie Weihnachten bei Larsson sein und Großmutter im Krankenhaus? Sollten Großmutter und Polly nicht Weihnachten so feiern, wie sie es gewohnt waren? Doch, das sollten sie, sagte Polly, bald sieben Jahre alt und mit den braunsten und fröhlichsten Augen der Welt. Und morgen geht es weiter.